Ein Hähnchen schnitzelstückteil. Oh, die stöhnt immer so rum, wenn Sensorie getaucht wird, die Form. Hast du was gegen deine Ausdrucksweise robben? Ach, Quatsch. Ich hab gar nicht gesagt. Das lebt ja immer noch. Könnt ihr euch mal beeilen? Ey. Ja, ich komm nicht an das dritte Bein. Vielleicht war's ja das vierte. Seine Mutter war das vierte. Ah, Gott, lass dir mal bitte ein paar Witze einfallen. Ich hab extra dieses Gesetzbuch neben mich gelegt, ja? Und du machst einfach keine guten Witze heute. Ja, es kommt halt keine gute Vorlage. Und ich mach das nicht so, wie Hendrik mir schon ein paar Mal gesagt hat, dass ich mir einfach ein Witzebuch schreibe. Ja, du schreibst ja auch, kennst du, ist ja einfach nur eins. Oh, du hast so eine Witze, wie ich, die mit ganz vielen schlechten Witze. Ne, mit Witzen, die nicht mal gut sind und nicht schlecht. Du bist schon da unten? Ne, oder? Ja, da hab ich auch. Warum? Da hab ich auch in der Robin, von daher. Warum nicht hier runter? Na, egal. Ab runter. So. Komm euch einfach mal hinterher auf. Ich hab Felix einfach vertraut. Oh, hier ist ne Waffenbox, wa? Ich hab mich grad angegriffen. Dein Team hat Spitzhacken. Weg mit dem Schiff oder wir machen es selbst. Sicher als Offizier. Die machen das selbst. Oh mein Gott, wir sollten uns echt mal aufhören. Müssten wir ne Folge machen, wo wir keine niveaulosen Witze machen? Vergiss es. Ich wollt grad sagen, das wird leider nie was werden, Robin. Das wär da ein Top-Down-Games heute intellektuell. Wäre das ja ein gymnasiales Niveau, so wie man es von uns erwarten sollte. Aber was mit der Scheiße? Und sowas können wir nicht bringen. Nein. Das wär ja wie bei Jakob der Lügner, wär ja voll die Lügner. Wow. Nein, nein, wir haben bestimmt alle wirklich ein Radio, von da her. Ein Radio haben wir alle, ja. Er hilft mich hier noch an. So, Robin? Ja. Wie ist denn da hoch? Brauch jemand von euch leben? Nö, ne? Nö. Das hätt ich mal schnell nachgeladen, aber so. Wait for me. Warum bist du zu langsam? Soll es vielleicht mal zu Wait Watchers geht. Verstehst du? Wait for me, Wait Watchers. Oh mein Gott. Ah. Nenn ich mein Kind lieber doch. Wait for us. Wie bei Howl mit Yamaha. Jetzt hättest du das Nachladen überlebt, das dobe Fliegel. Ich könnt euch mal mit Battles Rank ausrüsten, die neuen, die ich so hab. Ich denk zumindest, dass ich neue hab. Kennst du die Folge, Robin? Welche? Wo Lily und Marshall ihr Kind kriegen. Ne, die hab ich nie gesehen. Der zweite Name ist dann... Wait for us. Wacht mal, ja. Wacht mal, irgendwo erkenne ich das, warum das Wait for us. Weil... Marshall das Barney versprochen hat. Hier links. Hier links. Hier links. Hier links. Hier links. Zeigst du uns jetzt das Ostseil? Im Winter? Ja. Weil Barney hat Marshall irgendwie geholfen, zur Geburt ins Krankenhaus zu kommen. Und dafür muss der Zweitname dann Wait for us sein. Also zumindest im Englischen. Im Deutschen ist das ein ganz komischer Name. War... 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 Oh Gott. So ein Penner. Ich bin zu blöd, das auf Deutsch auszusprechen, weil es auf Deutsch einfach mal übers Scheiße klingt. Müssen wir das große Vieh da töten? Nein, eigentlich musst du zu mir kommen. Darf ich das große Vieh trotzdem töten? Ja, mache doch. Ich bin bereit für ein Osterheil. Ja, komm ran. Okay. Da hinten. Was ist da? Achso. Warte, ich will es aussehen, ich sehe es noch nicht. Warte, das haben die doch mit Absicht eingebaut. Wo seid ihr? Was? Das haben die doch bestimmt mit Absicht eingebaut, oder? Da. Ja. Gehen wir nicht im Weg rum. Wir dürfen gleich Creeper töten. Warum dürfen wir hier Minecraft spielen? Weil wir Bock drauf haben. Cool. Oh, hat mal jemand eine Spitzhacke oder so? Ne, du musst doch so. Pass auf, Creeper ist dann gleich da. Oh, darf ich den einfach abschießen? Ja. Dort. Höhöh. Da kommt doch noch ein Badass Creeper. Muss immer schön aufpassen. Badass, da kommt ein Creeper. Puh. Das ist viel einfacher als bei Minecraft. Ja, bei Minecraft hast du auch keine Warten. Jetzt wird sich solche... Oh, ich baue mal ein bisschen Gold ab, ja? Oh, Creeper. Wow. Felix, hier liegt ne Ganzer-Skin rum. Minecraft. Was? Hier liegt ne Ganzer-Skin Minecraft rum. Mein Gott, ein Badass Creeper. Würde gehen? Er hat Markus getötet. Das geht natürlich auch. Oh, da vorne kann man sich noch weiter durchgraben. Wo kommt man da hin? Äh, nicht mehr weiter. Das ist eigentlich hier hinten, das ist wie zu. Können wir trotzdem mal gucken, wo wir da hinkommen? Na klar, kannst du das machen. Hast du schon gemacht, ja, hier? Ja, hab ich schon. Vorgestern, glaub ich. Zerstören! Grabt euch, ihr Schlampen! Grabt! Och, Gold abbauen, ey! Dauert länger! Na los, Gott, ich bin durch. Du hast recht, hier hinten ist nichts mehr. Na, glaub ich hab gesagt. Aber cool, ja? Jo, cool. Dass sie das einfach so einbauen durften, ne? Was meinste? Ob sie das durften, steht erstmal im Raum. Vielleicht haben sie einfach nur gehofft, dass es keiner hinten findet. Nee, man baut ja kein Easter Egg ein, wenn man hofft, dass man es keiner findet, oder? Gott, genug abgebaut. Hoffentlich ist es momentan jetzt nicht mit Erdblicken voll. Glaub ich nicht. Mit Erd- und Steinblöcken. Warum stöhnt ihr mal beim Springen? Das ist echt irgendwie... Und Markus besonders dann mit dieser Grasmask genau... Hast du was gegen mein erotisches Stöhnen? Das klingt wie so pädophilisch. Felix, ich höre mich immer noch manchmal doppelt, ja. If your edges are on the clock, get ready for my cock. Nein, hört man mich noch? Dich hört man noch, aber ich hab mich doppelt gehört. Okay, leider. Fetter. Robin, hast du das gerade überhaupt mitgekriegt? Was? If your edges are on the clock, get ready for my cock. Stimmt, das hatte ich nur ignoriert. Warte, ich leh's gleich was vor. Ich bin schon wieder tot. Ich bin da. Du asshole. Tun wir mal umschlagen. Was war das erste was da umlag? Auf Hawaii ist es verboten sich einen Penny in das Ohr zu stecken. Wo soll ich denn sonst drin stecken? Deinem Mund. Oh, doof ist wie... Alter. So wie er abgegangen ist. Aber auf jeden Fall haben wir Minecraft gespielt, cool. Kennst du noch so ein paar richtig coole Easter Eggs in dem Spiel? Noch weitere? Nein, das war der und noch andere, aber den anderen, der ist nicht ganz so cool. Was ist bei dem anderen? Da sitzen bloß zwei Leute rum. Was sind das für Leute? Weiß ich nicht. Der eine nennt sich Tetris. Tetris. Aber da kommen wir nicht hin, weil wir zu wenig Leben haben. Ach so. Ich bin gestern mit nem, glaub ich, 9000er Schild und 16.000 Leben hingekommen. Grad so hingekommen oder gut hingekommen? Ich hab glaub ich nach 1000 Leben übrig gehabt. Ich triff das viel nicht. So, wir müssen doch Spider-Rands töten. Da kommt noch. Eee... Oh, die Mucke hat sich geändert. ...sindig hier so... ...die... ...m-m-m-m... ...aus, bösen früh. So. Ja, alle Endes kommen hierhin. Aber da hat sich die Mission doch gelohnt... ...schon allein durch das... ...Minecrafting. ...habe ich gut ausgewählt. Ja, super gemacht. Da ist hier jetzt ein Wurmloch. Wowooo... Hat er dich auch angezogen? Der war so dienenswürdig. Das war ein Hormloch, also ja. Achso. Der war so dienenswürdig dann zum Abend. Bam. Okay, bei dir. Hier kommen dann die Spider-Ans, du musst aufpassen. Never hide. Die Königin. Oh, hier ist es schon einer. Kleiner Crater. Oh, ein Little Königin. Wow, 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 wow. So, ich muss noch ein bisschen was sammeln. Feuer, schon so schnell ich kicken kann. Alter. 18. Ne, man, die Königin hat uns grad 1280 XP gebracht. Von der Jorn ist spannend, später gibt's viel mehr. Später. Ja. Wir leben jetzt. Ein Ritter, pass auf. Du musst in der Gegenwart leben. Ich hab lieber noch ne Königin. Ach, ich meine Munisale. Die schießen einfach auf den Hintern, das ist ein Schwachpunkt. Ja, los, Robin, versorg ihm den Hintern. Oh ja, das hab ich getan. Zählt das jetzt wieder als ein flacher Winz? Als ein flacher Winz? Witz? Ja, das war ein flacher Winz. Ach, es war ein flacher Winz. Okay, dann lese ich mal wieder was vor. Einen flachen Winz werde ich Mittwoch sehen. Hä, 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 hä. Sooo. Spinner! Wisconsin. Nach einem Gesetz des Staates ist es illegal, in Restaurants Apfelkuchen ohne Käse zu servieren. Ja, ohne Frechheit. Was, ohne Käse? Mich interessiert nur, wie man auf so ein Gesetz kommt. Ein König, da bring ich noch mehr XP. Weiß wo. Meinst du? Aber die Frauen isst doch meistens die Männer und das sind doch so eine Art Spinnenviecher, oder? Das sind Spider, äh, das ist ein Spider. Spider, Spider, Spider ist keine Spinne, hast du recht. Spider ist eine Spinne, das glaub ich auch nicht. Also das kann nicht sein. Nein, das sind ja Spinnenameisen. Und da ist auch natürlich nicht das Weibchen das oberste Tier bei den Spinnen, nein? Wie gesagt? Oha, Mann! Ich brauche hier mal ein bisschen Leben von euch. Markus, du brauchst was hier. Okay, ich reguliere nach Rio selber. Ich hab 518 geworden. Kann bestehen, bitteschön. Okay, jetzt hab ich 707. Wenn ich die Waffe eh wegwerfe beim Nachhinein, dann kann ich ja wenigstens was geben dafür. So, wir brauchen noch eben so ein Ding. So eine komische Mission. Ja, du hast sie gefunden. Du hast sie gefunden. Und there were less than never found for them leaves me full. Hier oben kannst du ein geheimes Zeichen finden, Robin. Gleich. Polisschrei? Muss da reinhuppen irgendwie. Ja, das war ziemlich düster. Ich bin unterwegs. Bitte komm bald möglichst zu mir zurück. Wo rein? Zu mir, muss da. Zu dir, oder? Robin, hier? Hm? Ach ja. Muss du ein Stück weiter hoch gehen. Muss weiter hoch, weil du setzt nur so halb rein. Also, du musst etwa... Orte so stehen. Jetzt... Zu mir reinhuppen. Ah. Dann musst du das Zeichen noch hinten anquatschen. Hallo. Dann wird dir angezeigt, dass du was entdeckt hast. Jo. Aber es ist noch ein zweites Jokt, aber ich weiß noch nicht ganz, wo das ist. Hallo, ich hab dich noch suchen. Ich weiß nur, dass hier oben noch ein... ...nach ne Tür ist. Ich hab mir nur ein Zeichen geredet. Ja, die Tür geht nach außen auf. Dann komm mal wieder zum Anfang. Oh mein Gott! Keine Muni mehr. Robin, du blockierst mich. Markus, du blockierst mich. Du sollst rausgehen. Warum wollt ihr raus? Ich will rein. Wir kommen doch von da. Weil's drinnen noch unankundetes Gebiet gibt. Dann müssen wir von der anderen Seite rein. Deine Mutter müssen von der anderen Seite rein. Von der Seite wo du aus der Air kam, oder von der Seite in die du gehst? Hier, das Tor kannst du von innen aufmachen. Robin, das hat mich gerade verwirrt. Mich auch. Hm, lass uns lieber die Mission abgeben. Oh mein Gott, Markus hat die Reise begonnen. Mhm. So, mal gucken wir mal kurz, was wir an Waffen eingesammelt haben. Da bist du. Fick diiiich! Fick du diiiich! Fick diiiich! Ich wär dafür, dass ich beide fixe. Fick diiiich! Fick diiiich! Das bringt nichts. So bringt mir das was? Ist das überhaupt für mich? IJJ! Nee, ich will das haben. Ich schieß dich lieber mit meiner pinken Waffe ab. Hm. Mh. Bam! Yo. Okay. Na dann geh ich erstmal die Spinde durchgucken. Yo mach das. Ich bin grad wieder verwirrt. Ach, ich hab keinen Bock mehr. So. Ich geh dann mal. Wo wollen wir hinreisen? Wie sieht's aus? Können wir? Okay. Das ist ein Robin, du bist schon im Menü gewesen. Na, nicht nur ich. Ah! Alter! Mensch, Markus. Ich bin noch nicht ganz durch. Mach er hinne, du Spaß! Ah, ja, fang schon mal an. Innerhalb der vier Sekunden schaff ich's. Deine Mutter dich ja her, du Bom. Deine, deine Mama da. Wo ist Robin? Das ist deine Mama. Wollten wir nicht reisen? Ja, mach das so! Also ich, also ich bin alle Schränke durch. Drei, zwei, eins. Ja, du hast ihn. Es ist Zeit für den Caramel Dance. All and I together. So, wo müssen wir die jetzt abgeben? Hier um die Ecke. Drei? Gut. Felix, wie viel Zeit hast du noch? Viertel Stunde. Viertel Stunde. Dann kommen wir ja schon mal zum nächsten Punktreißen, oder? Oh, Spielautomat! Wollt ihr noch erstmal fertig sein für heute? Nee, wir können doch schon mal ein Stückchen gehen. Dagegen hätte ich nichts. Du nicht, aber euch. Lass uns schon mal hin, reisen bis zur nächsten. Ich würde sagen, machen wir mit der Hauptmischen weiter, oder? Was meint ihr? Könnten wir eigentlich. Dann würde ich sagen, machen wir mit der weiter. Reisen schon mal in die Nähe bis dahin. Und wenn wir dann da sind, machen wir dann Schlusswort. Und dann... Dann verschaffen wir uns da schon einen kurzen Überblick, und dann... Aber vorher muss ich noch was verkaufen, wie wir das machen. Ich muss noch was verkaufen. Deine Mutter muss noch was verkaufen, ne? Und was? Dich. Das war jetzt nicht nett von dir. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. So, was kann meine Schrottflinte so? Wesentlich mehr, ok. Verkaufen wir die. Braucht irgendjemanden Schildkapazität-Relikt? Nö. Nö. Gut. Einen Nahkampfschaden-Relikt? Nö. Einen Cooldown-Raten-Relikt? Nö. Robin, was hast du denn für ein Relikt momentan drin? Warte. Warte. Fähigkeiten... Achso, Artefakt. Relikt. Relikt. Wo finde ich denn das Relikt? Was ist das mit der Raute? Das mit der Raute? Wolle ich... Meinst du das unten rechts mit Fähigkeiten-Artefakt? Wollte ich grad sagen, oder? Ja, genau, das müsste es sein. Verbessert die Aktions-Skill-Abklingzeit. Wie, 4%? 16,4%. 16,4%. Ja, ok, da kriegst du meins nicht. Meins ist viel schlechter. Pfff. Hm, verforderte Assessine. Sirene, Sirene. Yo, haben wir jetzt getauscht. Gott, was hab ich jetzt? Au. Gut. Kann losgehen. Kann ich, ha? Oh, du kannst. Also ich antworte Myetravel. Ich weiß nicht, ob du es kannst. Ich hoffe es. Frag was war im Menü. 3, 2, 1... Bin noch beim Reisen, denn bevor es losgeht... Verdammt, mir stand eine Bank im Weg. Daher Waffen wechseln beim Heranzoomen in den Feuer... ...stoß-Modus, denke ich. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Was muss man hier machen? ... ... ... TOUCH! Oh mein Level ist bald fertig. Bin ich doch nicht, Junge. Träht mir doch auch einmal. Halt, stopp, ich geh erstmal mal zurück und kaufe nicht Muni. Halt, stopp, er kauft erstmal Muni. Das ist echt ne gute Idee. Bevor ich nachher einen chronischen Munitionsmangel leide. So wie immer. Es ist ein CMM und nicht CTM. Markus kauft bei Markus Munition. Ich hab ein Gerät, das Munition genug hat. Du hast DER Gerät? Ja, ich hab DER Gerät, alter. Der Gerät liefert nur Munition. So, jetzt werde ich erstmal vorläufig keinen chronischen Munitionsmangel haben. Gut, dann lass uns mal weitergehen, ihr chronische Munitionsmangel. Geh ja nicht, aber zitieren trotzdem. Ja, blablabla, das ist ja, blablabla, blablabla. Ich rande einfach mal weiter. Ich rande einfach mal weiter. Ich rande einfach mal weiter. Ja, wir haben bestimmt alle gleich wieder Level-Up, du. Ich glaube auch, wir wollen noch bis zum Level-Up spielen, das wär ganz cool. Ich wollte eigentlich gerade bis zum nächsten Raute rennen. Ja, aber wir können die Viecher trotzdem tot machen. Ach, die gehen mir ja vielleicht auf den Sack. Sag mal so, wenn wir aufhören und wir nicht bei dem Gebiet sind, dann fangen wir eh wieder was am Anfang an. Ja, cool. Ja, ich weiß. Dann lohnt sich das richtig. Also, mach den Level ab und dann haben wir es. Gut, Level ab und dann haben wir es für heute. Wann nehmen wir denn das nächste Mal auf? Oh, das werden wir sehen. Wenn uns danach ist. Beziehungsweise wenn wir dann keine Aufnahmen machen sind. Wenn Markus mal wieder Zeit hat. Ich hab immer zählt. Ich bin tot. Wieso macht ihr Ärsche das immer? Ich bin wieder da. Ja, diesmal einfach mal schneller da war. Noch was zum töten. Yo. Okay. Das Level ist bald erreicht. Komm, bleib stehen jetzt. Denk dran, Robin, dass du dein Level ab eher hast als wir. Ist das mein Problem? Ja. Achso, okay. Oh, 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 oh. Ich... meiner, 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 meiner. Blech dich! Jawoll. Den hab ich dann wohl wiederbelebt, oder? Oh, ich hab gleich mein Level ab. Ja, ich auch. Ich muss noch ein Stückchen gehen. Oh, da gab es was. Oh, 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 oh. So... So macht das eine hübsche Dame. Ey, diese Viecher. Tja, ich tu dich in meinen Facewalk rein. Ja, Alter, die Kürze nicht richtig. Jo, das ist mit dem Facewalk, auch wenn es gar nicht Facewalk heißt, aber egal. Ganz cool. Facewalk. Jo, nächstes Level. Ding, bei dir kommt so Ding. Jo, Updates. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Oh, jetzt hast du den Weg umgestanden. Ahhhh. Alle tot? What the fuck, warum ist er am besten? Lass mal noch ein bisschen die Muni nehmen. Warum war da gerade ein Battle Sloder, oder ist der gerade ein Battle Sloder? Voller Bock hat, der will so Dark Souls sein. Markus, der will doch nur spielen, der tut doch nichts. Pff, ich geh zurück und Felix rennt genau in die Granate rein. Schafft jetzt auch wieder Level 19 weit? Ne, Markus, stopp, lass mal. Oh, tu auch. Oh, da hol ich halt nur Felix wieder. Da ist er. Oh, ich hab mit meinem Marketenwerfer nicht getroffen, Alter. Ja, weil ich dich wiederbelebt hab. Dann kannst du nicht einfach... Egal, aber ich hab mit meinem Marketenwerfer nicht getroffen. Okay, da bleibt. Ding, ding. So, dann lass uns noch das Geld hier schnell einsammeln, uns Skillpunkte verteilen, dann machen wir Schluss für heute. Wir glauben. Oder hätten das noch Geld? Bin ich sehr vernünftig. Findest du sehr vernünftig, ne? Ich meine, es ist spät, ne? Ja. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Jaaa! Ach, komm erst mal in mein Alter. Das bringt nur was, wenn du wirklich ein Jahr älter bist, Markus. Gibt's gemeint? Wir bringen auch diese... ...nicht ganz zwei Monate was. Wie ich einfach mal die ganze Zeit eh smashe hier. Das ist doch bestimmt super in der Aufnahme. Ja, nach oben und dann Feuerwerk. Yeaaah! So, verteilen wir den Punkt. Grüne Kugel. Warum explodieren die in der Luft nicht? Weil das keine Worte. Ich hab noch Kugeln, die in der Luft explodieren sollten. Yo. Warte? Hier. Oh, Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Ohhhh. Geil. Jetzt so hier. Feuerwerk. Ohhhh. Wie schnell ist. Und die Waffe auch. Wow. Ich denke, hier können wir auch unsere Aufnahme langsam beenden bei so romantischen, schönen Bildern. Ja. So ist Erinnerung an Silvester. Mach mal Hände, meine Munni wird langsam alle. Wir wünschen euch noch viel Spaß, viel Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ein frohes neues. Und ein frohes neues, was ihr bestimmt erst im März hören werdet oder so. Egal. Also gut. Oh wow.